Willkommen bei Blockreporter, deinem Kanal für die Themen Bitcoin, Blockchain und Krypto. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Bitcoin-Chart-Analyse und damit zu einer richtig coolen Folge. Denn wir werden heute nicht nur dieses symmetrische Dreieck uns angucken, sondern unseren alten Freund Fibo nochmal auspacken und den übergeordneten Trend uns angucken. Denn man könnte jetzt sagen, also Markus, was willst du uns erzählen? Wir sind in einem Abwärtstrend, wir haben ein symmetrisches Dreieck. Da ist die Sache doch klar, wie der Kurs verlaufen wird. Und ja, wir hatten ja sowieso besprochen, dass der September bärisch ist und so weiter. Geschenkt, ja. Wie Rudi Karel eins in seiner Show sagte, lass dich überraschen. Und damit alle Infos in diesem Video. Viel Spaß und viel Erfolg mit Kryptowährungen. Schön, dich auch heute bei dieser Ausgabe begrüßen zu dürfen. Und wir springen auch direkt rein, denn der Chart ist heute echt gut. Ob die Kurse für dich gut sind, das musst du natürlich selber für dich entscheiden. Wir sind heute hier zum Zeitpunkt der Aufnahme auf der Börse Bitstamp in 4 Stunden Chart. Der aktuelle Kurs heute liegt bei 41.622 US-Dollar für den Bitcoin. Ja, du siehst, ich habe zum letzten Video ziemlich viel verändert. Wir können auch gerne erstmal oben anfangen. Und zwar haben wir hier erstmal, oder habe ich hier erstmal für mich die nächsten Trendlinien erstmal eingezeichnet. Wir haben immer noch unsere übergeordnete Trendlinie, die unseren Abwärtstrend bestimmt. Und erst ab da, wenn der Ausbruch erfolgt ist, wird das Ganze eben zum nächsten riesengroßen Bullrun sein. Im unteren Ende selbstverständlich. Auch hier, ich weiß, unten die Candlesticks, beziehungsweise eben hier die Wigs hier unten. Ja, ich habe es absichtlich so gezogen, damit es eben so ist. Das Dreieck läuft aus Ende des Jahres. Und Ende des Jahres würde ja eigentlich ganz gut passen. Das heißt also, viel passiert hier nicht. Du weißt, aus Formationen können auch eben die Charts hinauslaufen. Also quasi das Ganze eben zur Nichte machen. Aber wir wissen ja eigentlich, dass solche, also hier hinten tatsächlich, also Ende Dezember, davor sehen, also quasi hier sehen, sollten wir eigentlich schon eine Reaktion sehen. Wir sind jetzt hier nochmal im Weekly Chart. Hier nehmen wir ganz schnell mal MACD einfach mal rein. Kein RSI heute. Und dann sehen wir, dass das Ganze hier bärisch crosst. Immer noch kein Grund zum Verzagen. Wir hatten so einen kleinen bullischen Aufschwung. Das heißt, eigentlich könnten wir jetzt hier sagen, ja gut, Jahresendrallye ist hier jetzt erstmal abgesagt. Wir warten es ab. Wir machen ja keine FOMO. Wir machen auch keinen FAT. Wir machen keine Panik. Wir schauen uns das an. Wir gucken einfach mal. Wir müssen jetzt aufpassen. Wir haben hier eben den Cross. Wir sind in der Abwärtsbewegung. Also im Prinzip, was wir hier haben, hatten wir ja auch hier. Was wir vermeiden wollen, ist das hier. Aber auch das hier, siehst du, haben wir noch Luft und wären immer noch okay. Selbst wenn wir hier nochmal ein Level von unter, sagen wir mal einfach grob unter 40.000 einfach mal antesten. Und ehrlich gesagt sehe ich die Chancen relativ hoch, dass wir das tatsächlich auch irgendwie vielleicht nochmal machen könnten. So, McD, goodbye, English Rose. Wir switchen in den Daily Chart und schauen uns das Ganze einfach mal an. Und ja, wir haben hier aus meiner Sicht hier, sieht man vielleicht in dem Chart nicht ganz so gut. Wir switchen trotzdem nochmal hier in den 4-Stunden-Chart. Ist vielleicht ein bisschen besser, das Ganze. Um sich das Ganze mal anzuschauen. Und ja, ich bleib dabei. Also, unser symmetrisches Dreieck oder symmetrische Formationen deuten ja, im Gegensatz zu aufsteigenden und absteigenden Dreieck, erstmal, ja, die können in beide Richtungen gehen. Also 50-50. Aktuell liegen wir aber in der bärischen Zone. Das heißt, wir liegen unter unserem Support, beziehungsweise, ja, eigentlich müssen wir schon sagen, es ist de facto ein Widerstand, den wir hier auf diesem Niveau haben. Das heißt, der Widerstand liegt aktuell und der wurde hier in dieser 4-Stunden-Kerze auch schon wieder angetestet bei 42.587 US-Dollar hier auf der Börse Bitstamp. Also, erstmal bärische Zone und da siehst du auch, lässt sich auch relativ gut hier teilen. Unterhalb ist die bärische Zone des Dreiecks überhalb eben bullisch. So, damit, aktuell, bei der aktuellen Candlestick, die wir jetzt hier haben, wäre ein bärischer Breakout unter 41.328 US-Dollar. Also können wir uns einfach mal merken, 41.300, wenn der Kurs in diese Region geht, wird es, ja, kritisch, beziehungsweise könnte ein bärischer Ausbruch erfolgen und je weiter die Zeit eben voranschreitet, desto kleiner wird das Fenster hier. Denn auch hier, das wird am 3. Oktober, das heißt zum Monatswechsel, wir erinnern uns, wir haben ja schon im August gesagt, Achtung, Monatswechsel, da werden die Preise gerne mal in eine Richtung geschubst, nur um dann quasi zu verkaufen, was wir jetzt ja auch gesehen haben. Wir hatten hier den schönen Abstieg und dann den ganzen September ging es nach unten. Nun, wie wir hier sehen, haben wir hier einen sehr, sehr wichtigen Widerstand, der Preis wird immer wieder da runtergedrückt, immer wieder runtergedrückt. Also Vorsicht eben vor den nächsten Wochen, auch dieser doppelte Boden, ich warne ja immer vor Fakes-Outs, also hier der doppelte Boden, der sich gebildet hat, dass der Anstieg war auch wie im Bilderbuch, also das, was hier runter geht, geht auch wieder nach oben, aber hat es dann nicht über diesen Widerstand hier geschafft, also die letzten Highs nicht angetestet, hat er hier auch schon nicht, danach ging das Ganze runter, um das einfach mal kurz erklärt zu haben, wie das Ganze aussieht. Wir können jetzt hier nochmal in den Daily Chart wechseln, denn unser symmetrisches Dreieck haben wir jetzt erstmal thematisch hinter uns gelassen und wir schauen uns jetzt einfach mal an, wo das Ganze ist. Wir könnten jetzt hier die Linie so machen, ja, wahrscheinlich wird es realistischer hier sein, wir machen es einfach trotzdem mal hier oben und hier unten schauen wir uns das Ganze auch an, das heißt, hier könnten wir vielleicht langsam in ein Reversal-Pattern mit reinlaufen, mal schauen. So, jetzt haben wir nämlich den nächsten Step und für mich als Informatiker sind ja verschachtelte Dinge super, weil ich noch keine Ahnung vom Programmieren hatte, HTML for the win und wer dort eben den Dome-Tree kennt mit den verschachtelten Elementen, ja, super, oder? Na ja, auf jeden Fall, Verschachtelungen sind super. Wir haben jetzt nämlich hier zwei Möglichkeiten. Je nachdem, wie das Ganze sich hier ausgeht, wird der Kurs hier oder hier seine Bestimmung finden. Übergeordnet sieht das aber recht cool aus. Warum? Wir könnten tatsächlich hier irgendwie einen Breakout haben oder wir könnten hier nochmal nach unten das Ganze ausbrechen sehen, wenn wir hier ein bullisches Szenario sehen möchten. Wie gesagt, spätestens, aller spätestens ist hier, aber das wird hier vorne, hier schon mal, hier ist unglaublich viel, das wird hier schon bei 47.300 wird da die Bremse gezogen, aus meiner Sicht. Aber hier siehst du es, das heißt, die kurzfristige Entscheidung des Dreiecks wird dann in die größere, übergeordnete Entscheidung fließen, wie denn eben das Ganze hier ausgeht. Und ansonsten haben wir darüber geordnet nochmal quasi den übergeordneten Timeframe, unsere Support-Linie des Aufwärtstrends und eben unsere negative Trend-Linie, die wir hier unterschreiten. Das heißt, alles relativ simpel, was wir hier machen. Und ja, wir haben ja den Monatsschluss. Sollte der Monatsschluss eben unter diesem Widerstand liegen, dann könnten wir vielleicht nochmal, aber da reden wir dann ein anderes Mal, gerne ein kostenloses Abo dalassen, nochmal kurzfristig, also jetzt erstmal kurzfristig, einen Abflug unter die 40.000 sehen. Schauen wir mal, wie gesagt, ich habe ja gesagt, November, Dezember, wird für mich interessant, vorher ist es halt Geplänke nach so einem Anstieg. Schauen wir mal, wir können auch hier nochmal ganz kurz uns diesmal sogar beide reinholen, hier im Daily. Da siehst du, dass die Bären hier sehr, sehr stark sind und das Ganze unter diesem Niveau halten oder Market Maker ist es. Ich rede einfach gerne von Bären und Bullen. Das ist es tatsächlich eigentlich, was wir hier haben. Also, wir schauen uns das an, es sieht nicht gut aus, wir müssen einfach mal schauen, Achtung eben, was alles, was unter 41.300 ist, könnte hier einen Drop verursachen, aber auch dann werden wir hier nicht gleich auf diese 38 runterdippen. Liegt natürlich nahe, wenn wir das hier sehen, also, wenn wir das hier sehen, riesengroßer Abverkauf, riesengroßer Abverkauf und hier könnte auch nochmal ein riesengroßer Abverkauf kommen, also stell dich mal drauf ein. Aber je nachdem, und das wäre auch wieder ein sehr, sehr bullisches oder interessantes Zeichen zumindest, wo gucken wir uns das an, dass wir Pi mal Daumen auf diesem Niveau, schauen wir uns mal an, auf diesem Niveau hätten wir hier nochmal einen Support. Also, bei 39.539 könnte hier erstmal ein Stop sein, dass wir nicht wirklich irgendwie auf die 38 runterrattern. Auch da könnte es vielleicht den kurzen Dip nach unten geben und dann eben im Schluss, wenn die Kerze sich schließt, du siehst es hier eben so einen Wig erzeugen. Das heißt, einmal kurz hier runter und trotzdem schließt das Ding hier oben. Wir werden uns das einfach mal anschauen, aber wie gesagt, sehr, sehr schön für mich anzusehen aktuell, wie der Aufbau hier ist. Relativ logisch. Und wir schauen uns jetzt nochmal an, wo ist denn wirklich der Kasus, Knaxus dafür, für die bessere Übersicht. Machen wir aber mal unsere Widerstände und Supports weg. Unsere Trends lassen wir drin. Und there he is our friend Fibo. Und ohohohohoho. 05er Fibo. Hihi, sollte halten. Also, bei 41.134 ist hier ein Fibo-Level. Schließen wir da runter. Röms die Bums geht es vielleicht sogar hier runter aufs nächste Fibo-Level, was wir hier sehen. Das wäre nochmal ein Crash weiter runter, als ich es eben gezeigt habe. Also auf 38.848.340 US-Dollar. Also auch hier sehr, sehr schön. Sehr, sehr logisch. Relativ gut zu verstehen, denke ich. Auch wenn es gerade so ein bisschen aussieht wie eine vorgezogene Adventsbeleuchtung hier mit den ganzen Farben. Aber ich glaube, im Durchgang kann man es verstehen. Und relativ schön das Ganze. Wie gesagt, Monatsende. Aufpassen. Lass dich nicht veräppeln. Und du weißt ja, ich habe ja schon öfter mal gesagt, eine ruhige Hand ist manchmal besser, als irgendwie voreilig irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Wir warten jetzt hier auf irgendeinen Breakout. Aktuell sieht es noch okay aus. Danach müsste eigentlich der Pump eben kommen. Und das deutlich dann über die 42.532 US-Dollar. Das werden wir uns beim nächsten Mal angucken, ob das kommt. Denn im nächsten Video bist du hoffentlich wieder mit dabei. Dann lass am besten ein kostenloses Abo da. Aktiviere die Glocke. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie du das Ganze siehst. Wir haben ja gesehen, MACD wochentechnisch auf dem Wochenchart sieht nicht ganz so cool aus. Werden wir noch eine Jahresendrallye haben? Ja oder nein? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder, wenn ich wieder Luft geschnappt habe. Bis dann.